Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Meersitzer? Egal was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Fußball lebt durch seine Fans. Eine klare Botschaft der Aachener Anhänger. Denn Geisterspiele sind der neue Alltag. In der Regionalliga West, die als einzige viertklassige Liga Deutschlands den Spielbetrieb auch während des Lockdowns nicht unterbricht. Und somit kommt es zu dieser Paarung am 13. Spieltag zwischen Alemannia Aachen und dem VfB Homburg. Rein ins Spiel. Die Gäste in den gelben Trikots starteten so. Hier mit dem Ballverlust. Und der flog ihnen direkt um die Ohren. Hereingabe in die Mitte und haben die Damani mit der 1-0-Führung für Alemannia Aachen. Es ist der fünfte Saisontreffer im siebten Spiel für Damani für den Neuzugang von Rot-Weiß-Essen, der damit sein Team auf den Weg bringt, auch das siebte Spiel in Folge ungeschlagen zu bestreiten. Die Gäste aus Duisburg im Tabellenkeller lokalisiert und zudem durch zahlreiche Corona-Fälle personell gebeutelt mit der besten Möglichkeit des ersten Durchgangs. Hier der Abpraller von Keeper Joshua Mroos und dann der Niranke mit der Möglichkeit Mroos stand auch danach kurz im Fokus, indem er diese Homburger-Möglichkeit einleitete, dann selbst aber auch wieder entschärfte. Kurz vor der Pause nochmal die Alemannia, Flanke und wieder finden sie den offensiven Go-To-Guy. Hier haben die Damani, der hier allerdings knapp links am Tor vorbei köpft. Das Spiel geizte, alles in allem mit offensiven Möglichkeiten. Der Pausenstand ist dementsprechend dem Spielverlauf entsprechend. Die zweite Halbzeit, sie startete mit dieser Einladung in Form dieses Ballverlust von Alemannia Aachen und der bringt Nikolas Hirschberger in die Show. Der spielt die Flanke, allerdings findet diese keinen Abnehmer. Danach wieder Aachen, es waren allgemein in diesem Spiel nicht die Hochkaräter wie diese Möglichkeit von Takashi Uchino. Die Nachspielzeit, nochmal ein Freistoß der Gäste, abgefangen von Aachenskeeper Joshua Mroos und der schaltet schnell und der wirft weit, nämlich genau in den Fuß von Nils Blumberg. Kein Abseits, weil er aus der eigenen Hälfte startet und somit netzt er ein zum 2 zu 0. Erster Saisontreffer, er überwindet Keeper Philipp Gutowski, hat viel Zeit zum Nachdenken, lässt sich dadurch nicht beirren und sichert somit den Dreier für die Alemannia. Kurz darauf Pfiff, Schiedsrichter, Markjäger auch ab. Die ungeschlagen Serie, der Gastgeber kann sich sehen lassen. Es sind jetzt sieben, in Folge die Stimme zum Spiel. Das war eine hart umkämpfte Partie, muss man sagen. Die hatte zugunsten auf unserer Seite sehr gut begonnen, also aus unserer Sicht. Mit so einem frühen Führungstreffer sollte man meinen, dass man dann so einen Spielverlauf bekommt, wo man dann vielleicht irgendwann das zweite nachlegt, aber dem war nicht so. Es lag natürlich am Gegner, der uns das Leben wirklich schwer gemacht hat. Ja, aber wir wussten, wir haben eine Führung zu verteidigen und deswegen haben wir auch alles reingeworfen, was natürlich bis zum Schluss eng war und wir dann uns dann ganz zum Schluss noch mit dem 2-0 belogen konnten. Und der Trendpfeil zeigt weiter nach oben für die Alemannia. Dieser Sieg spürt sie in der Tabelle jetzt auf Platz 8. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis. Wenn du nicht zu brutal sind, kannst du durchführen. muy komisch geworden sind 17-12-1-15-24. Das heißt, du mag schkomisch! Musik